Johann Jakob Wettstein war ein Schweizer Theologe und Vorreiter der Textkritik des Neuen Testaments. Leben Der Sohn des Hauptpastors an der Leonhardkirche Johann Rudolf Wettstein und dessen Frau Sarah Sarasin hatte im Elternhaus seine ersten geistigen Anregungen erhalten und 1706 an der Universität Basel seine Studien der Theologie, besonders der biblischen Philologie, Kritik und Altertumskunde absolviert. In Basel hatte er sich 1709 den akademischen Grad eines Magisters erworben. Schon als Student widmete sich Wettstein den griechischen Handschriften des Neuen Testaments, zu denen er durch einen Verwandten, der an der Universitätsbibliothek in Basel arbeitete, Zugang hatte. 1713 verteidigte er seine Dissertation mit dem Titel De variis novi testamenti lectionibus, in der er zu zeigen versuchte, dass die Existenz verschiedener Lesarten nicht die Autorität der Bibel infrage stelle. Wettstein auf einer Bildungsreise durch die Schweiz, Frankreich und England lernte er 1716 Richard Bentley von der Universität Cambridge kennen. Durch diesen berühmten Philologen erweiterte Wettstein wesentlich seine Sprachkenntnisse. Bentley wurde sein Förderer und überredete ihn, eine Ausgabe des Codex Ephrämie in Paris zu bearbeiten. Während jener Zeit lernte er auch den schweizerischen Brigadier V. Chambria kennen, der ihm bei dessen Regiment, das damals in Rochester lag, eine Predigerstelle verschaffte. Als dieses Regiment später nach S. Hertogenbosch in Holland ging, folgte Wettstein demselben innerhalb drei Monaten nach, indem er vorher mit Bewilligung seines Chefs nach Paris gereist war, um in der dortigen königlichen Bibliothek die neutestamentliche Abschrift des Syrers Ephräm zu vergleichen. Kurze Zeit, nur noch ein halbes Jahr, bekleidete Wettstein seine Predigerstelle in S. Hertogenbosch. Zurückgerufen in seine Vaterstadt Basel, war er dort 1717 Diakon an der Leonhardkirche. Jenes Amt hatte er mehrere Jahre inne und setzte in jener Zeit seine kritischen Untersuchungen fort. 1729 aber drohte ihm ein Wechsel seiner bisherigen Verhältnisse. Wegen verschiedener, von dem Glauben der reformierten Kirche abweichender Lehrsätze, die er in seinen Predigten und Privatvorlesungen vorgetragen haben soll, war er zur Verantwortung gezogen und in eine Untersuchung verwickelt. Die für ihn 1730 den Verlust seiner Predigerstelle zur Folge hatte, Holland bot ihm damals einen Zufluchtsort. Doch ging er wieder nach Basel zurück und predigte dort 1732 und 1733. Um diese Zeit folgte er einem Ruf nach Amsterdam. Am dortigen Kollegium der Remonstranten war er zunächst adjunkt des schwächlichen Johannes Klerikus und er hielt nach dessen Tod 1736 die von demselben bisher bekleidete Professor der Philosophie und Kirchengeschichte. Seitdem setzte er seine Studien bis zu seinem Tode fort. Wirken Allgemein anerkannt ist seine 1751 bis 1752 herausgegebene Ausgabe des griechischen Neuen Testaments. Er fügte diesem Werk meistens erläuternde Anmerkungen hinzu, die besonders für seine gründliche Kenntnis der jüdischen Schriftsteller und Profanskribenten sprachen und als wichtige Beiträge zur Textkritik angesehen werden. Für manchen neutestamentlichen Kritiker war dieses Werk ein brauchbares Hilfsmittel. Seine 1730 herausgegebene Polygemena wurde von Johann Salomo Semmler 1764 mit Anmerkungen und einem weiteren Anhang erneut aufgelegt. Zudem hatte er aus seinem handschriftlichen Kodex des Neuen Testaments 1752 in syrischer Sprache zwei Briefe des Clemens von Rom herausgegeben, der nach der Überlieferung des Origenes ein Jünger des heiligen Petrus gewesen sein soll und dessen dritter Nachfolger, Werke des De variis lectionibus novitestamenti Auszug geistreicher Lieder zum Lobe Gottes des Herrn Jesu Polegomena et novitestamenti grezzi editionem eke eurotissimam evetus tissimis kodizibus emes de nuo procurandam inquibus agitur de kodizibus emes. Novitestamenti scriptoribus grezzi novo testamentosi sant versionibus fetaibus editonibus prioribus e klares interpretibus. E proponitor animat versiones e cautions et examen variarum lectionum novitestamenti nesses erje. Amsterdam 1730 Semmler gab dieses Werk mehrfach heraus unter dem Titel J. J. vectini prolegomena in n. t. notas ad jesit ad quere appendizim de vetus tioribus latinis recensionibus quere in variis kodizibus supersund. J. S. Semmler cum quibus dam characterum grecorum e latinorum in libris manuscripts exemplis. Halle Magdeburg 1764 Als zweiten Teil kann man betrachten J. J. vectini i libeli et kreisen ad quere interpretationem n. t. ejecta e esti recensio introductionis bengeli et kreisen n. t. ad quere glostrii i ritleides t. syrie carum in. t. versionum indole ad quere usu e bibliotheca e cum quibus dam notis j. J. die michaelis in ecke der mechorum usus edidite plerac observationibus illustravit J. S. Semmler christliche predigt wieder die zauberischen und abergläubischen künste über Esa 8, 19-22 gehalten in der Pfarrkirche bei St. Leonhard in Basel den 31. August 1732 auf Hochobrigkeitl. Verordnung bei öffentlicher Vorstellung einer ärgerlichen Person J. r. vectini ecclesie basiliensis pastores et reformatas helviziere ad quer föderatarum civitate mecclesias epistola orthodoxia a falsi discriminationibus J. L. freiwindekete, oratio fanebrisem obitum virice lepiremi joannis clerici, filos e historie eccles interremonstrantes professores habita a. d. 8. Kal, mati, zamo infionere plurimum reverendio, dribocif, theologie interremonstrantes professores habitus a. d. C. Kal, eta ka aien haia teta hkha sieve novum testamentum grecum editiones receptae cum lectionibus variantibus kodekum ms. Editionum aliarum versionum patrum nec non commentario pleniori ex scriptoribus fetaibus hebräisch graes e latinis. Historia mivim verporum illustrante opera e studio etc. Tomus i. Continenz quatuor evangelia. Leiden 1751 Tomus II. Continenz epistolas pauli acta apostolorum epistolas canonica se apokalypsin. Leiden 1752 Edizio secunda oxxare lemendeischer novum testamentum grecum et fidem grecorum kodekum ms. Nun sprimum expressum et stipulanta j. J. Vecdino juxta sections j. A. Bengeli divisum e nova interpunction sepius illustratium. Excessere in altero volumine exas citationes conjecturales virorum doctorum und deconque collectae. Duael epistola s. Clementis romani disipuli petri apostoli cras ex koditsem manuskripto n. T. Sirius nun sprimum utas cum versione latina apposita edidit j. J. V. Epistola et virum plurimum reverendum h. V. Nane dedu abus clementis rom. Epistola ex siria conoper editis. Epistola ex siria conoper editis.